So, herzlich willkommen an alle, die es geschafft haben, an diesem Abend zu uns zu schoßen. Wir freuen uns sehr. Der Campustag heute Abend ist die erste Veranstaltung, die wir hier, die öffentliche Veranstaltung, die wir hier im neuen Standort Koblenz machen, von der Cusanus-Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Herzlich willkommen. Mein Name ist Madeleine Ferretti. Ich verantworte zusammen mit meiner Kollegin Johanna Berns die öffentlichen Veranstaltungen unseres gesellschaftlichen Dialogs der Hochschule. Wir versuchen hier vor allem in Koblenz, in diesem spannenden Ort, einen sehr regen Austausch mit der Koblenzer Stadtgesellschaft, mit anderen Institutionen und mit anderen Akteurinnen ins Gespräch zu kommen, uns auszutauschen. Uns geht es auch vor allem darum, die Herausforderungen der Zeit auch gemeinsam, also einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir uns gemeinsam die Herausforderungen der Zeit stellen. Wir freuen uns alle so, dass Sie hier sind. Wir freuen uns vor allem auch, und da wird neben mir sitzt Martin Gölletz. Wir werden auch verschiedene Veranstaltungen auch jenseits des Campus Talks in Kooperation mit dem ISO-Institut durchführen und hoffen damit, die sehr erfolgreiche und gute Arbeit des ISO-Instituts weiterzuführen. Mehr dazu mit Martin Gölletz. Und bevor ich Ihnen das Mikrofon gebe, erzähle ich ein wenig, was auf Sie heute zukommt. Es gibt ein interaktives Programm von Studierenden zum Thema Studierenden von heute suchen ein Quartier von morgen, auch im Kontext der Hochschule der Zukunft. Prof. Lars Hochmann, vielleicht, Lars, vielleicht kannst du dich kurz erkenntlich zeigen, wird ein wenig aus der Hochschule erzählen, auch dem Kontext, auch Hochschule der Zukunft und insbesondere ein wenig zu dem Projekt der Studierenden erzählen. Und dann werden die Studierenden selbst über ihr Forschungs- und Praxisprojekt, was eigentlich viel mehr als nur ein Projekt berichten, interaktiv ins Gespräch kommen und freuen sich auf die Resonanz, die von Ihrer Teilnahme kommt. Freuen wir uns also. Eine kurze Bemerkung nur noch. Die Veranstaltung heute Abend wird aufgezeichnet. Für diejenigen, die nicht auftauchen wollen, diejenigen können die Kamera ausmachen und wir werden auch dann die Namen zensieren, weil wir auch diese Veranstaltung in YouTube hochladen möchten, sodass wir anderen die Möglichkeit geben möchten, mitzubekommen, was wir heute Abend besprechen und sich die Möglichkeit geben, über das Projekt etwas zu erfahren. So, ich gebe jetzt gerne das Mikrofon weiter an Herr Görlitz und freue mich auf den weiteren Abend. Danke. Ja, liebe Madeline Ferretti, wir sitzen hier in gebührendem Abstand im Drei-Königin-Haus. Die Zuschauer kennen teilweise unsere Formate aus den letzten Jahren hier. Diesen Ort hier im Drei-Königin-Haus, aus dem wir schon viele Veranstaltungen gesendet oder natürlich vor ein, zwei Jahren live durchgeführt haben. Ich freue mich sehr, dass die Cusanus-Hochschule jetzt hier einige Formate von uns weiterführt, übernimmt. Ich freue mich natürlich primär mal, dass die Cusanus-Hochschule überhaupt seit 1. Oktober hier im Haus ist. Und das hat für mich, sagen wir mal, vier Aspekte, die ich ganz wichtig finde. Zum einen ist so, was wir als Institut hier klein, Nachhaltigkeit, Gesellschaftsgestaltung ist absolut das Thema, was wir seit Jahren hier in Koblenz machen. Eine wichtige Sache seit sieben Jahren hier im Drei-Königin-Haus. Und ich freue mich sehr, sehr, dass also in der Kooperation mit der Cusanus-Hochschule auch diese Arbeit jetzt fortgeführt wird. Nicht nur fortgeführt, sondern eigentlich ja auf einen höheren Level sozusagen kommt. Denn wir haben uns sehr tapfer bemüht und auch mit viel Erfolg es hinbekommen, dass wir hier viele Veranstaltungen gemacht haben. Aber natürlich war und ist so keine Hochschule. Jetzt ist plötzlich im Drei-Königin-Haus eine Hochschule. Das ist eine tolle Entwicklung. Da freue ich mich sehr. Denn das war auch das Ziel, wenn ich eben das Drei-Königin-Haus jetzt erwähne, was wir in der Altstadt seit 2013 entwickeln. Es war immer das Ziel, den Hochschulen der Region hier einen Ort zu geben, an dem Projekte zum Thema Nachhaltigkeit, Gesellschaftsgestaltung stattfinden, an denen ein Dialog stattfindet über diese Themen und auch Dinge entwickelt werden. Leider hat das jetzt mit den Hochschulen im Ganzen. Wir freuen uns über viele Kooperationen mit den Hochschulen. Ich möchte auch, dass die bleiben, dass wir auch mit den Hochschulen der Region hier ja oder sie hier kooperiert. Eine Präsenz der Hochschule hat jetzt so nicht geklappt. Wir freuen uns sehr, dass die Cousanus-Hochschule also im Drei-Königin-Haus jetzt ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Damit komme ich auf die Stadt. Wir sind hier in Koblenz. Wir sind in der Altstadt. Jede Stadt braucht heute das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Agenda. Kommunaler Klimaschutz, ob wir jetzt von Mobilitätswende, von Energiewende reden, das findet alles auch kommunal statt. Und ein Think Tank, wenn ich das mal so sagen darf, der jetzt plötzlich hier in Koblenz angekommen ist, ist für die Stadt, denke ich mal, ein großes Geschenk, eine große Wichtigkeit. Und insofern hoffe ich auch, dass die Koblenzer Bevölkerung, die ja weitestgehend heute Abend zuschaut, wenn ich das hier sehe, da Impulse mitnimmt. Das halte ich für ganz wichtig. Und wenn ich das so verstanden habe, dann geht es heute Abend einmal um die Vorstellung der Cousanus-Hochschule. Und dann geht es um ein erstes studentisches Projekt. Denn Hochschule ist für mich auch eine Sache, die nicht in sich nur denken und bleiben sollte, sondern die gesellschaftlich auch aktiv wird. Und da ist natürlich das Projekt, worum es heute Abend dann geht, dass die Studierenden einen Ort, ein Haus der Studierenden hier initiieren möchten. Ein gutes Praxisprojekt. Und ich hoffe, dass dem natürlich noch in den nächsten Jahren hier auch weitere Praxisprojekte folgen. Da bin ich immer sehr gerne dabei als Unternehmer. Auch wenn ich auf die 70 gehe und dann langsam hier mal weniger machen sollte. Aber an Praxisprojekten bin ich immer sehr interessiert. Und da mache ich auch immer sehr, sehr gerne mit. Also insofern, aus jeder Himmelsrichtung betrachtet, freue ich mich sehr, dass die Cousanus-Hochschule jetzt hier ist und dass diese Projekte auch mit uns, mit ISO zusammen jetzt hier weitergeführt werden. Toi, toi, toi. Danke, Herr Göllitz. Wir freuen uns auch sehr über die Kooperation. Ja, jetzt würde ich gerne die Studierenden vorstellen, die auch gleich durch das Programm führen werden. Zu meiner Linken ist Lorenz Kramer, Hannah Vogel und Luis Peters. Sie sind alle Studierenden des Masterstudiengangs Ökonomie, Nachhaltigkeit und Gesellschaftsgestaltung. Und wir freuen uns sehr, diesen Plattform zu haben, dass Sie die Möglichkeit haben, auch wirklich auch das ganz wichtige Projekt auch vorzustellen. Wir freuen uns jetzt auf den Abend. Und würde gerne gleich hinübergehen zu Professor Lars Hochmann. Und Professor Lars Hochmann ist Professor für Unternehmung und, Entschuldigung, für Transformation und Unternehmung. Und er wird jetzt ein wenig Hintergrund und Kontextinformation zur Hochschule und zu dem Projekt insgesamt erst mal gehen. Herzlichen Dank. Ja, Madeleine, ganz herzlichen Dank für die Anmoderation. Ich hoffe, man kann sehen, was ich gerade geteilt habe. Ich bin hier heute in doppelter Funktion. Ich darf einerseits das Big Picture malen. Ich darf auf der anderen Seite so der Mann für grobe sein. Und das ist natürlich genau das, was Transformation und Unternehmung dann in der Sache auch meint. Eine neue Hochschule ist in Koblenz angekommen. Und völlig zu Recht fragen Sie sich, was genau hat es mit diesem Gebilde auf sich? Und da möchte ich, bevor wir in das nähere Thema des Abends einsteigen, einige grobe Linien malen, was uns als Hochschule eigentlich ausmacht. Und das möchte ich an vier Aspekten besonders festmachen. Der erste Aspekt ist, dass es bei uns nicht darum geht, ein Theoriegebäude auswendig zu lernen, oder Studierende ein Theoriegebäude auswendig lernen oder ein vorgefertigtes Theoriegebäude anwenden lernen, sondern dass sie sich als Persönlichkeiten bilden. Ein zweiter sehr wichtiger Punkt, der uns ausmacht, ist der, dass wir nicht nur über die Transformation reden wollen, sondern auch selbst uns die Hände schmutzig machen wollen, gewissermaßen in die Gestaltung gelangen wollen. Und dabei ist uns Partizipation, Teilhabe auf allen Ebenen ein ganz großes Bedürfnis. Das heißt, sowohl nach innen in der Organisation, wie wir miteinander sind, aber eben auch nach außen, dass wir in der Lehre, in der Forschung und dem, was wir so tun, Möglichkeiten schaffen, wie zum Beispiel am heutigen Abend Teilhabe auch für die Gesellschaft schaffen. Und all das bündelt sich in dem zugegebenermaßen etwas sperrigen Begriff der Transdisziplinarität, damit es im Grunde gemeint ist, wir als Hochschule uns nicht über Fächer und einen Fachkanon definieren, sondern dass wir an Themen interessiert sind. Und eine themenzentrierte Hochschule, da gebe ich jetzt eine Antwort, die direkt neue Fragen aufwirft, können Sie sich völlig zurecht fragen, was soll das jetzt wieder sein? Und da möchte ich in groben Linien zeichnen, was wir damit eigentlich meinen. Wir haben, wie bei Universitäten auch, im Wesentlichen drei große Aufgaben, die wir uns gegeben haben. Das ist die Lehre auf der einen Seite, ist die Forschung auf der anderen, ist der gesellschaftliche Dialog in einem dritten Punkt. Und da merken Sie schon, was Themenorientierung bedeutet. Studierende studieren hier nicht in erster Linie Fächer, vergleichende Religionswissenschaften, Soziologie, Politik oder sonst was, sondern Themen. Und diese Themen, die haben was mit speziellen Praktiken und mit Praxis zu tun. Im Bachelorfall geht es hier um die Praxis der Transformationsgestaltung und im Master haben wir drei unterschiedliche Programme. Da geht es um Gesellschaftsgestaltung, um Institutionsgestaltung und um Zukunftsgestaltung. Und das, und jetzt kommt der Gag, passen Sie auf, zack, das hat was zu tun mit unserer Forschung. Und zwar tragen wir einerseits unsere Forschungsergebnisse in die Lehre hinein. Zugleich ist es so, dass wir in der Lehre selbst forschen, tätig werden. Das heißt, Studierende lernen nicht nur schon Wissen, das da ist, sondern schaffen mit ihrer Lehre und in ihrer Lehre selbst neues Wissen. Und zwar in Bezug auf die oben genannten Praxisfelder. Und wenn wir das jetzt noch hier verwursteln, stellen wir fest, dass wir das nicht nur im stillen Kämmerlein tun, sondern dass wir hinausgehen in die weite Welt, nicht nur über die Gesellschaft, sondern mit der Gesellschaft all das tun. Das heißt, diese drei Säulen, die an Universitäten nebeneinander stehen, Sie merken schon, die sind bei uns in irgendeiner Weise so verknotet. Das ist so ein Punkt. And this is where the magic happens. Das ist das, was uns im Grunde genommen ausmacht, dass wir Lehre, Forschung und gesellschaftlichen Dialog als etwas begreifen, was Hand in Hand geht. Diese vier unterschiedlichen Themenbereiche, an denen wir interessiert sind, die haben gemeinsam Fluchtpunkte. Und diesen Fluchtpunkt, den haben wir in unserem Leitbild markiert. Nämlich in Form von unserer Vision. Und unsere Vision ist eben die einer nachhaltigen Welt. Und darunter verstehen wir drei unterschiedliche Dinge, die miteinander zusammenhängen. Wir verstehen darunter einerseits eine lebendige und vielfältige Natur. Wir verstehen darunter aber auch eine solidarische und demokratische Gesellschaft. Und schlussendlich eine gerechte und eine lebensdienliche Wirtschaft. So, das sind wir als Hochschule. Wir sind neu angekommen in Koblenz und kommen jetzt hier zusammen, um Lehre, Forschung, gesellschaftlichen Dialog zu bündeln in dieser Veranstaltung, die Teil davon ist. Und das wiederum steht unter der großen Überschrift Quartier von morgen. Und ich habe mal ein Fragezeichen dahinter gesetzt, weil völlig zu Recht Sie sich fragen können, was ist das denn? Und wenn wir über ein Quartier reden, dann möchte ich da unterscheiden zwischen einem engen Verständnis von Quartier und einem weiten Verständnis von Quartier. Ein enges Verständnis von Quartier, das ist so ungefähr das, was ich hier mal versucht habe, grafisch einzufangen, ein Ort zum Knacken. Also irgendwo, wo man schlafen kann und studentisch sieht das dann vermutlich irgendwo im Spektrum der hier abgebildeten Fotos, entweder ein bisschen puristisch unten rechts oder etwas sehr effizient und aufgeräumt oben links. Auf jeden Fall wird, wie wir unten sehen, gelesen unter der Decke oder auf der Decke. Und dass eine Gitarre und Pizza dabei eine Rolle spielen, brauche ich, glaube ich, niemandem näher zu erklären. Also enges Verständnis von Quartier, ein Ort zum Schlafen. Neben diesem engen Verständnis von Quartier gibt es aber auch noch ein weites Verständnis von Quartier. Und in diesem weiten Verständnis von Quartier entscheidet sich, ob die Transformation gelingt. Oder wenn man das etwas tagesaktueller formulieren möchte, ob mehr Fortschritt wagen tatsächlich mit Substanz gefüllt werden kann. Was ist ein Quartier im weiten Sinne? Es ist kleiner als eine Stadt. Es ist auch kleiner als ein Stadtteil. Ein Quartier ist aber größer als eine Nachbarschaft. Ein Quartier ist gewissermaßen auf so einer Zwischenebene. Ein Quartier ist wie so eine kleine Stadt innerhalb von einem Stadtteil. Eine kleine Stadt innerhalb von einem Stadtteil, die dann auch eine ganz eigene Subkultur herausbilden kann. Und innerhalb von solchen Quartieren entscheidet sich, ob das mit der Transformation gelingt. In all den Hinsichten, die wir da im Diskurs haben. Beispielsweise, wenn wir über Mobilität reden, wird ganz konkret, was es denn eigentlich mit der Mobilität oder einer Verkehrswende auf sich hat. Das heißt, welche Flächen für welche Arten von Mobilität eigentlich vorgehalten werden. Wie viel Fläche soll Parkraum sein? Wie viel soll für tatsächliche Mobilität? Parkraum ist ja eigentlich Immobilitätsplatz. Also wie viel Platz soll zum Parken da sein? Wie viel soll Lebensraum sein? Und wie hängen diese einzelnen Flächen auch miteinander zusammen? Und wenn wir über Mobilitätskonzepte reden, immer innerhalb des Quartiers, reden wir immer auch über Wohnkonzepte. Und da ist uns jetzt im Kontext der Pandemie zum Beispiel auf die Füße gefallen, dass wir über Jahrzehnte hinweg völlig falsche Städte gebaut haben. Also wir können zwar viele Tätigkeiten digitalisieren, haben da aber vergleichsweise wenig von, wenn man innerhalb der Wohnung keine Möglichkeit hat, sich zur Arbeit beispielsweise zurückzuziehen. Wo wir dann also überlegen müssten, okay, brauchen wir da andere Wohnkonzepte im Sinne von Coworking Spaces vielleicht noch? Oder brauchen wir andere Konzepte, auch was generationenübergreifendes Wohnen anbetrifft? Auch das so eine Geschichte im Kontext der Pandemie, wenn es um Kinderbetreuung geht, genauso wie um Betreuung von älteren Menschen geht. Auch da erscheinen im Quartier ganz neue Möglichkeiten auf, wie diese Dinge neu gedacht und dann eben auch praktiziert werden können. In diesem Sinne also auch Potenziale für eine Pflegewende innerhalb von einer Wohnwende. Und da stellt sich jedes Mal erneut auch die Frage nach den Versorgungsmöglichkeiten. Also inwieweit es gelingt, innerhalb eines Quartiers, sich auf eine nachhaltige Weise zu versorgen. Also ich rede jetzt nicht darüber, dass in jedem Quartier eine Werft oder ein Flughafen sein muss, aber dass man zumindest die Gegenstände des täglichen Bedarfs, Nahrungsmittel und Drogerieprodukte und Ähnliches, inwieweit es gelingt, diese Dinge innerhalb eines Quartiers vorzuhalten. Wenn dem so wäre, bräuchten Supermärkte zum Beispiel keinen Parkplatz mehr, weil alles ist ja fußläufig. Das wäre Plastik, würde entstehen Raum, der frei werden würde für andere Dinge, die anders genutzt werden könnten. Wenn wir das auf Fragen der Ernährungswende zum Beispiel beziehen, dann wird im Quartier deutlich, wenn wir auf Fremdversorgung setzen in der Ernährung, müssen wir immer auch die Antwort darauf geben können, wie denn die Nahrungsmittel in den Supermarkt kommen. Da brauchen wir dann im Zweifel Straßen, auf denen LKWs fahren oder ganz andere Mobilitätspraktik. Worauf ich hinaus will, ist, im Quartier wird klar, wie diese Dinge zusammenhängen, dass wir eine Mobilitätswende nicht losgelöst von einer Wohnwende, nicht losgelöst von einer Ernährungswende, nicht losgelöst von einer Pflegekonsum- und so weiterwende betrachten können. Das Gleiche gilt eben dann auch für die Energiewende und für viele weitere Transformationsprojekte mehr. Innerhalb eines Quartiers wird das konkret. Wenn jetzt also so eine neue Hochschule daherkommt und so nonchalant behauptet, Wirtschaft sei umdenkbar, dann ist das auf der einen Seite natürlich erstmal begründungsbedürftig, auf der anderen Seite wäre es schön, wenn man das konkretisiert. Und innerhalb des Quartiers wird ganz schnell klar, wie sich das konkretisiert. Also welche Wertschöpfungsketten dort denn eigentlich vorhanden sind, welche Ressourcenströme da sind, welche Verkehrswege da sind, wie Warenflüsse denn eigentlich aussehen. Dann im Wissen darum auch die Frage, wo ließen sich diese Ketten vielleicht auch im Sinne einer Kreislaufwirtschaft stärker miteinander verzahnen. Also dass nicht mehr von der Wiege zur Bahre, sondern dass die Bahre des einen die Wiege des anderen ist, wo also dann Stoffstromkreisläufe geschlossen werden können, wo Biomasse weiterverarbeitet, wo Abwärme vom einen genutzt wird, vom Heizen an anderen Stellen oder zur Energiegewinnung und so weiter und so fort. Das heißt, im Quartier wird deutlich, welche real existierenden Kooperationsmöglichkeiten es auch gibt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es gäbe in diesen Quartieren in Koblenz dann auch noch Reallabore, wo solche Impulse für diese Veränderung hervorgehen würden, wo in diesem Sinne Teilhabemöglichkeiten in Bezug auf die Frage geschaffen werden, wie wir denn eigentlich leben wollen. Mit anderen Worten, wenn da eine Hochschule daherkäme, die so ein kleines bisschen Magic mitbringt, wo Impulse für die Veränderung nicht im Sinne eines Vorschreibens, wie gelebt werden soll, sondern im Sinne eines Nachfragens, wie gelebt werden will und dann einer Befähigung, wie das möglich gemacht werden kann. Wenn es einen solchen Ort gäbe, und sie haben längst gecheckt, worauf all das hinausläuft, einen solchen Ort können wir schaffen. Wir können ihn allerdings nicht schaffen, indem wir sagen, wie es geht, sondern das muss was sein, was aus der Koblenzer Stadtbevölkerung selbst heraus erwachsen muss. Das heißt, hier geht es um eine Einladung, eine Einladung, dass wir gemeinsam ins Gestalten der Transformation kommen. In diesem Sinne also gebe ich die Frage einfach mal zurück. Koblenz, wie wollte er denn leben? Ja, wer sind wir? Wer ist die Corsano Studierendengemeinschaft? Wir sind Praktischstudis, die hier studieren in der Hochschule und uns organisiert haben als ein Verein, als ein gemeinnütziger Verein, die Corsano Studierendengemeinschaft. Und wer sind wir? Zwei von uns sind hier, Hanna und ich. Hallo, wir studieren zusammen. Wir sind beide Master hier an der Hochschule und bei dem Verein aktiv. Und wir Corsano Studis, wir sind sozusagen junge Leute, die in diesem Verein so was sein möchten, wie eine Schnittstelle von dem, was wir studieren im Studium und dem, was wir machen in der Welt draußen. Also praktisch wie eine Kontaktfläche zwischen dem Lernen und Arbeiten in der Hochschule und dem, was wir tun, wo wir uns engagieren in der Welt draußen. Das heißt, wir lernen viel über nachhaltiges Wirtschaften, über den Wandel von Gesellschaften, über Transformation, über das Gestalten von Veränderungsprozessen. Und wir haben ein Anliegen in der Welt. Also wir denken, eine nachhaltigere Welt ist möglich, eine zukunftsfähige Welt ist möglich, als wir sie gerade haben. Und was wir eben denken, was es für so ein Wandel braucht, ist ein Ort, wo das stattfinden kann. Also ein Ort, wo Menschen, wo Gruppen zusammenkommen, Perspektiven aufeinandertreffen, aus denen dann was entstehen kann. Und wir als Studierendenschaft möchten eben so einen Ort bieten, wo Menschen zusammenkommen, damit sich was verändert in der Welt. Das heißt, wir möchten wie eine Art Plattform sein, dass wir eben Bildungsveranstaltungen machen, dass wir Veranstaltungsräumlichkeiten haben, wo Menschen herkommen und ihre eigenen Sachen präsentieren können. Und so was wie ein Transferraum entsteht zwischen unserem Wissen, was wir in der Hochschule haben, unserem Praxiswissen und dem, was Menschen von außen mitbringen. Dass Vernetzung stattfinden kann und wir eben als Studierendenschaft einen Ort sind, wo Dinge passieren, wo Wissen hin und her fließt und wo Veränderung möglich wird. Und wir als Studierendenschaft möchten praktisch diese Plattform bieten, also eine lebendige Gruppe junge Leute sein, die wir in Gemeinschaft studieren, die wir uns kennen, die wir eben schlagkräftig sind, die was tun können, dadurch, dass wir zusammen unterwegs sind und wie so eine Art Praxislabor sein, um das umzusetzen, was wir im Studium lernen und damit zu experimentieren und eben was in der Welt zu bewegen. Wir haben auch schon einiges an Dingen gemacht. Wir sind ja in Bernkassel gegründet als Hochschule und dann hierher gezogen und haben dort schon einige Veranstaltungen gemacht. So hatten wir viele Herbstakademien, also eine jährliche Veranstaltung, die jeden Herbst stattfand, eine Woche Seminare, wo Menschen aus ganz Deutschland kamen, immer so um die 60, 50, 60 Personen, wo wir dann zu unterschiedlichen Themen mit Transformation und Wirtschaft gelernt und zusammen gearbeitet haben. Wir hatten eine Bildungswoche in Bernkassel-Kuhs zusammen mit der Fridays for Future-Gruppe, eine Woche Veranstaltungen zum Thema Klima und Veränderungen und Transformationen. Wir hatten auch einen Ort, wo externe Gruppen Seminare abhalten können, also andere Vereine als wir herkommen können und einfach Räumlichkeiten da sind, wo eben was passieren kann. Und wir hatten auch bei uns in den Räumlichkeiten in Bernkassel mit Kunst zu tun, also Ausstellungen in unserem Studierendenhaus, einfach eine Plattform, wo eben Menschen herkommen können und dort Dinge veranstalten. Ja, was ist im Herbst passiert? Die Hochschule ist umgezogen nach Koblenz. Das passiert nicht alle Tage, dass eine Hochschule umzieht, aber wir haben es gerade hinter uns. Wir haben unsere ganzen Sachen hierher gefahren nach Koblenz, mit Sack und Pack hierher gekommen. Es war einiges an Arbeit, aber jetzt sind wir hier und sind eben gespannt, was Koblenz bietet. Ja, genau. Ich nehme euch weiter mit auf den Weg hier in Koblenz. Wir sind erst mal auf Herausforderungen gestoßen. Wir freuen uns super hier zu sein und fühlen uns wohl in der Stadt und hatten aber direkt die ersten Herausforderungen, einen Ort zu finden, wo wir als Studierende ankommen können und wohnen können, dort aber auch weiter unsere Bildungsseminare nachbereiten können und da hatten wir einfach das Problem der Immobilienmarkt in Koblenz, dass für uns als gemeinnütziger Verein schwierig war, hier irgendwie Investitionen zusammenzusammeln für einen Ort, wo wir ankommen können und wir sind neu in Koblenz wenig vernetzt, fangen jetzt gerade erst an, so die ersten Vernetzungen zu festigen und genau, das war der nächste Punkt und dass wir einfach mitten im Hochschulbetrieb sind, dass, ja, die Hochschule hört nicht auf zu lehren und wir hören nicht auf zu lernen und genau, hatten Prüfungen, hatten weiter Seminare und nebenbei noch den Umzug, den wir alle gemeinsam mit viel Organisationstalent irgendwie gewuppt haben, die Hochschule so auch wir Studierende, genau und weiter war dann aber trotzdem, dass wir weiter die Möglichkeiten in Koblenz gesehen haben, also die Herausforderungen waren so natürlich erst mal ein Dämpfer für uns hier anzukommen, aber wir haben die Möglichkeiten in Koblenz gesehen, dass es einfach eine größere Stadt ist, besser angebunden ist an die ganzen Städte auch weiter in Deutschland, weil wir Blog-Seminare haben, dadurch aus ganz Deutschland anreisen und genau, da einfach Zugbindungen besser sind, eine größere Stadt aber auch schon eine bessere Ausgangslage bietet mit Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen, also, dass es hier auch andere Universitäten gibt, Schulen, Kindergärten und hier einfach schon Infrastruktur herrscht, wo wir andocken können, auch als Bildungseinrichtungen und dass auch die Kooperationen mit Vereinen und Organisationen, Initiativen möglich sind, weil hier schon einige sich eingenistet haben und angekommen sind und auch schon vernetzt sind und der nächste Punkt wären auch Kunst- und Kulturangebote, wir sind sehr Kunst- und Kultur- affin und freuen uns über hier das breite Spektrum, was wir auch mitnehmen können und möchten auch einfach gemeinsam mit der Koblenzer Stadtgesellschaft Projekte entwickeln und uns vernetzen und hier ankommen. Ja, und durch diese ganzen Potenziale hier in Koblenz kam bei uns dann auch die Vision auf von dem Quartier von Morgen, dass eben, was Lars eben schon erklärt hatte, so von dem Kleinen auch in das Breite gedacht werden kann und diese Zweideutigkeit ist auch gewollt, also, dass es ein kleines Quartier gibt, wo wir auch unterkommen können, für Schlafmöglichkeiten gemeinsam essen, kochen, lernen, aber auch weitergedacht in das ganze Quartier rein in der Stadt, dass wir uns weiter vernetzen können, genau, und dass sich das einfach weiter erträgt in der Stadt und unser Quartier von Morgen, was wir jetzt aktuell gerade suchen und was sich dann weiterentwickeln soll zu einem großen Quartier von Morgen, da brauchen wir eben noch einen Ort und das soll aber die Keimzelle dann sein, die für die Mitgestaltung der Koblenzer Stadtgesellschaft mitverantwortlich sein kann. Ja, und wir haben dann auch erstmal unsere Studis gefragt, und unsere Kommilitonen, was ist für euch ein Quartier von Morgen? Und da kamen hier die ganzen Begrifflichkeiten raus und wie ihr seht, viel Gemeinschaft, Gestaltungsraum, Freiraum, also viel so Ort der Begegnung, Austausch, voneinander lernen, ja, und selbst auch die Persönlichkeitsentwicklung, die Lars eben auch angesprochen hatte in seinem Vortrag, ja, das sind so unsere ersten Ideen und die möchten wir jetzt gerne verknüpfen mit euren genannten Ideen und Assoziationen und Wünschen. Genau, also die Frage ist, wie kann ein Quartier von Morgen entstehen und hier in der Grafik haben wir versucht, das darzustellen, wie wir uns weiter vernetzen können in Koblenz, dass es dieses kleine Quartier von Morgen gibt, wo wir Studierende wohnen und uns weiterbilden und Seminare nachbereiten, aber auch Veranstaltungen anbieten und das auch gemeinsam mit der Koblenzer Stadtgesellschaft, mit euren Initiativen und Ideen Projekte entwickeln können, Praxisprojekte. Genau, und das ist einmal, das sind so verschiedene Aspekte, die wir jetzt auch konkret schon so ausformulieren konnten, dass es Orte der Begegnung braucht, damit das passieren kann, wo Jung und Alt zusammenkommt, wo wir von verschiedenen Perspektiven und Lebensrealitäten voneinander lernen können und ja, was Lars auch schon angesprochen hatte, dass ein gemeinsamer Ort oder ein gemeinsames Projekt sein soll, also dass nicht wir quasi nur bestimmte Vorstellungen haben, sondern dass wir gemeinsam im Prozess das entwickeln können und dadurch ein Quartier von Morgen entstehen kann, gemeinsam mit euch. Nachbarschaftstreffen, wir möchten uns vernetzen, direkt mit den Nachbarn, aber auch ja, weitergedacht, ganz Koblenz, das ist eine große Nachbarschaft, Koblenz ist nicht allzu groß, dass ja, hier es auch möglich ist, sich irgendwie zu vernetzen und ja, ein überschaubarer Raum ist und Nachbarschaftstreffen eben auch dazu dienen, dass man ins Gespräch kommt, in Austausch kommt, Veranstaltungen ja, wie genau, Straßenfeste, ja, also das könnten solche Ideen sein. Dann gemeinsame Bildungs- und Kulturveranstaltungen, wir sind als Hochschule eine Bildungsinitiative und möchten mehr lernen, mehr auch von euch lernen und haben zum Beispiel auch diese Praxisprojekte, die Teil des Studiums sind, also jeder Studie an der Hochschule muss ein Praxisprojekt durchführen und da suchen wir natürlich einfach Anknüpfungspunkte und Orte und Initiativen und Menschen, die Lust haben, mit uns Praxisprojekte umzusetzen und genau, Kulturveranstaltungen sollen auch nicht zu kurz kommen, ja, wir machen gerne Musik, Kunst, Musik, Kultur, Theater, das sind so unsere Lebensbereiche, dann partizipative Praxisprojekte, dass alle mitgenommen werden, dass ihr mitentscheiden könnt, dass wir mitentscheiden können, dass Jung und Alt mitentscheiden können, genau, also ein gemeinsames Miteinander schaffen können. Ja, und jetzt wollten wir euch fragen, wo sind eure Anknüpfungspunkte zum Quartier von morgen, wo siehst du dich oder deine Organisation in diesem Konzept und dafür haben wir ein Miro-Board angelegt, wo dort in die verschiedenen Aspekte, die ich eben schon genannt hatte, ihr euch eintragen könnt, was ihr euch vorstellen könnt, was sind eure Ideen, was habt ihr vielleicht schon in dem Bereich gemacht, welche Erfahrungen bringt ihr mit, genau. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, ich würde jetzt das Wort an die Linien wieder übergeben, genau. So, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir würden gerne alle einladen, noch ein wenig länger zu bleiben. Es gibt die Möglichkeit, in kleinen Breakout-Sessions gemeinsam miteinander ins Gespräch zu kommen und wir haben auch Zeit dafür und würden alle wirklich ganz herzlich dazu einladen, an diesem wirklich spannenden Projekt mitzudenken, Hinweise zu geben, Zukunft zu spinnen ein wenig, weil, wie man gesehen hat, ist das ein unterstützungswürdiges Projekt, an die, die wirklich auch irgendwie Lust macht, auch tatsächlich hier noch was zu tun und dann an Koblenz ein wenig mehr zu basteln und uns zukunftsfit zu machen. Herzlichen Dank. Bevor ich jetzt schließe, wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass wir am 2. 2. den weiteren Campus Talk veranstalten werden, auch wieder im digitalen Format. Es geht um die Buchvorstellung von Walter Oetsch und Nina Horacek zu Wir wollen unsere Zukunft zurück. Geht wirklich tatsächlich darum, über die politische Imagination das, was es eigentlich braucht, um die Zukunft auch politisch auch anzugehen. Ganz, ganz herzlichen Dank und bleibt dabei, bleiben Sie dabei, wir freuen uns. Danke.